Musik Unser Mann in Los Angeles vor Ort, das ist Micha Graf und der ist jetzt gerade aus der Microsoft-Pressekonferenz direkt nach Hause ins Hotel geeilt, um mit uns über Cyberpunk 2077 zu sprechen. Micha, ich stelle dir die erste Frage einfach direkt unverblümt und ich weiß, dass du mir darauf keine befriedigende Antwort geben kannst, aber ich will sie trotzdem irgendwie wissen. Ein Release-Datum hat dieser Trailer ja jetzt nicht verraten. Ist das immer noch unbekannt? Was erfährt man so vor Ort in Los Angeles? Gibt es da irgendwie zumindest eine Möglichkeit eines Datums, ein Release-Fenster? Kommt das noch dieses Jahr? Dieses Jahr garantiert nicht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn man CD-Projekte auch ein bisschen kennt und weiß, wie sie an ihren Spielen arbeiten, sie haben ja auch The Witcher 3 zweimal verschoben zum Beispiel, glaube ich, das wird schon noch ein bisschen dauern, vielleicht nicht bis ins Jahr 2077 dann tatsächlich, aber meine Schätzung wäre, dass wir nicht vor 2020 mit dem Spiel rechnen können, was ja auch super passen würde, denn es basiert ja auf Cyberpunk 2020, auf dem Pen & Paper-Riegelwerk und wie ich so ein bisschen darauf komme, ist einfach, wenn man sich anschaut, was dieser Trailer schon ein bisschen über das Spiel verrät und was dann halt CD-Projekte noch zusätzlich vorhaben könnten, welches Potenzial noch in diesem Regelwerk steckt, dann kommt man sehr schnell drauf, dass es einfach lange dauern wird, dieses Spiel zu entwickeln und auch komplett so gut hinzukriegen, wie es dann ein CD-Projekt hoffentlich auch will, weil die wollen ja keine Ruckelorgie veröffentlichen, die irgendwie halbfertig ist, hoffe ich zumindest, sondern ein gutes Rollenspiel mit einer coolen Spielwelt und das dauert einfach seine Zeit. Du hast gerade schon das Zauberwort gesagt, Cyberpunk 2020, das Pen & Paper-Regelwerk, davon hast du Ahnung, ich überhaupt nicht. Cyberpunk sagt mir absolut gar nichts, deshalb fand ich den Trailer zwar sehr beeindruckend, aber ich habe kein bisschen davon verstanden. Deshalb bist du hier, du willst mich jetzt ein bisschen belehren und mir Dinge erklären. Erklär mal, wenn wir diesen Trailer jetzt gesehen haben und ihn vielleicht nochmal gesehen haben und nochmal gesehen haben, weil er ja doch sehr spannend war, was erfahren wir daraus über die Spielwelt von Cyberpunk 2077? Also mein junger Padawan, Cyberpunk 2020 ist, man erfährt sehr viel darin über die Spielwelt, denn allein die Stadt, die dort gezeigt wird, das Night City, ist sozusagen die Modellstadt von Cyberpunk 2020. Das ist die Quintessenz des Cyberpunk. Man hört ja auch den Trailer-Sprecher, der sagt, dass es eine Stadt ist, die so ein bisschen den American Dream verkörpert, nur eben als Abgrund, dass man immer hofft, dass man dort weiterkommt, dass man etwas erreicht, dass man sein Glück findet in dieser Stadt und in Wirklichkeit ist sie aber ein riesiger Slum voller Armut und Verbrechen. Und diese Stadt muss man kennen, wenn man Cyberpunk 2020 kennt, denn sie ist auch die einzige, die im Regelwerk ausführlich beschrieben wird. Denn Cyberpunk 2020 spielt in unserer echten Welt, also auf der echten Erde mit echten Städten, aber dieses Night City ist halt seine Vorzeigestadt. Und ja, wie gesagt, also wer das Regelwerk kennt, wird die auch dann quasi wiedererkennen oder sich zumindest freuen, dass er sie sieht. Was auch in dieser Stadt zu sehen ist, sind Megakonzerne, die man schon kennt aus diesem Regelwerk, zum Beispiel Arasaka, das ist ein sehr prominentes Logo, das man schon relativ am Anfang sieht, was so ein japanischer Militär- und Söldnerkonzern ist. Und man sieht auch den größten Rivalen von Arasaka, nämlich Militech, einen amerikanischen Militär- und Söldnerkonzern. Also da kann man sich dann als Pen-and-Paper-Spieler auch schon ein bisschen zusammenreimen, zwischen den beiden kracht es vielleicht irgendwann und das kann ein Teil der Story sein. Und was der Trailer mit als allererstes zeigt, wenn man ihn sich Bild für Bild anschaut, und ja, das habe ich gemacht, ist ein Hochbahnfahrplan in dieser Stadt. Von dem wäre ich jetzt auch zu sprechen gekommen, aber red ruhig weiter. Ich rede mich jetzt in Rage einfach. Nein, ein Hochbahnfahrplan in dieser Stadt, der unterschiedliche Stadtviertel zeigt. Also es ist nicht nur das Zentrum, das in dieser Cyberpunk-Welt von den Großkonzernen beherrscht oder sozusagen gesichert wird. Ja, da haben die ihre hochglanzpolierten Wolkenkratzer, da patrouilliert hochgerüstete Konzernpolizei durch die Straßen. Und da ist es vergleichsweise sicher, auch wenn es überall Straßenkriminalität gibt, aber so dieses Zentrum ist halt so die Bastion des Wohlstands sozusagen so ein bisschen. Und es ist aber mehr als das in Cyberpunk 2077. Es gibt auf diesem U-Bahn-Plan insgesamt sechs Stadtviertel, die wir sehen können. Pacifica, Haybrook oder Westbrook, ich komme schon mit dem Namen durcheinander, aber es ist jedenfalls nicht nur eine Stadt. Es gibt auch noch Umland dazu. Ein paar Trailer-Szenen deuten ja da auch noch drauf hin, dass es irgendwie, man sieht mal so eine Bar unter einem Freeway, man sieht irgendwie einmal so eine Redneck-Szene. Ich habe schon gesagt, das ist so ein bisschen der Ort in der Cyberpunk-Welt, wo sich auch Trevor aus GTA 5 wohlfühlen würde, also zwischen verrostenden Autobracks und irgendwie mülligen Plastikstühlen, die in der Gegend rumliegen. Also sprich, da wird es eine Stadt geben, es wird Umland geben. Und all diese Orte sind im Regelwerk zumindest in so einem Erweiterungsband zu Cyberpunk 2020 auch schon ein bisschen definiert, was man da findet und was es dort so gibt. Zum Beispiel einen Vergnügungspark im Stadtteil Pacifica, der heißt Playland by the Sea. Und hey, wenn es schon Pacifica gibt, worauf jetzt der Trailer ja hindeutet, warum nicht auch diesen Vergnügungspark? Und wenn es schon diesen Vergnügungspark gibt, warum nicht dort auch eine Quest inszenieren oder eine Mission oder irgendwie irgendwas anderes? Also da kann man sich schon ein bisschen was rausziehen als Kenner von Cyberpunk 2020. Du sagst es gerade als Kenner von Cyberpunk 2020, da gibt es ja auch eine ganz spezielle Hochbahn-Metrostation, die darauf hindeutet, dass es vielleicht in das Weltall geht. Und das war ja jetzt auch einer der, ich will jetzt nicht sagen Leaks, aber es gab ja vorher schon Gerüchte über Cyberpunk. Und eines dieser Gerüchte besagte ja, dass es ein Mondlevel geben soll. Erklär mir mal, ist das die Wahrheit? Was sagt deine Kenntnis von dem Cyberpunk-Universum? Man weiß es nicht, ja. Also es ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich. Also gesehen haben wir es im Trailer natürlich nicht, aber ja. Genau, also wir sehen den Mond oder irgendwas anderes, sehen wir nicht im Trailer. Was wir aber sehen, ist tatsächlich auf diesem Hochbahnfahrplan eine Station, eine Endstation, die Orbital Air Space Center heißt, also das Weltraumzentrum, ein Raumhafen. Und Orbital Air, muss man dazu sagen, ist einer der Konzerne dieser Cyberpunk 2020-Welt, ein afrikanischer Großkonzern, der das Monopol hat auf Orbitalreisen, also auf Reisen in den Weltraum. Und ja, warum sollte man den denn einbauen, wenn es im Spiel nicht in den Weltraum geht, noch dazu so prominent auf diesem Hochbahnfahrplan? Also das ist schon mal ein ziemlich eindeutiger Hinweis. Das zumindest, was in diese Richtung angedacht ist, und was wir später noch sehen im Trailer, ist eine Szene, die in, wenn man nicht genau hinschaut, einem Flugzeug spielt, ja, wo da Leute sitzen, in Anzügen, reiche Geschäftsleute. Und wenn man aber aus dem Fenster schaut, sieht man, dass dieses Flugzeug schon verdächtig hochfliegt, weil man die Erdkrümmung sieht. Also man sieht das Flugzeug, das ist eine Raumfähre. Und jetzt gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine ist zum Mond. Der Mond ist in Cyberpunk 2077 besiedelt, von der ESA, lustigerweise von der europäischen Raumfahrtbehörde, die eine sehr wichtige Rolle spielt im Cyberpunk-Universum, weil sie sozusagen die Beherrscherin des Weltraums ist. Die Vereinigten Staaten haben da nichts zu suchen. Da gab es auch schon Kriege dann im Orbit oder beziehungsweise um quasi Weltraumgeschichten. Und auf dem Mond gibt es mehrere Mondkolonien. Und ja, es wäre möglich, dass man die dann auch besucht oder eine davon besucht in Cyberpunk 2077 und dass diese Gerüchte stimmen, die es da schon im Vorfeld gab. Die andere Möglichkeit wäre, dass diese Raumfähre, die man sieht, unterwegs ist zu Crystal Palace. Crystal Palace ist eine Raumstation, die im Cyberpunk-Universum auch als Las Vegas des Weltraums bezeichnet wird, wo einfach reiche Leute hinfliegen, um ins Casino zu gehen, um im Hotel zu entspannen, um einfach ihre Ruhe zu haben von der dreckigen und überbevölkerten Erde. Auch das ist gut möglich, weil das würde dann auch erklären, dass auf dieser Raumfähre so viele Geschäftsleute sitzen. Die wollen halt dann zu dieser Raumstation. Also man weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall coole Weltraum-Schauplätze und wer weiß, ob wir die dann im Spiel sehen. Es gibt zumindest diese Hinweise. Kommen wir mal wieder zurück auf die Erde. Wir haben ja auch dort Fahrzeuge gesehen. Ist ja auch eigentlich total logisch. Ich meine, Geralt in Witcher 3 hat ja auch Plötze und konnte sich damit fortbewegen. Wenn wir jetzt aber sehen, dass man da einfach mit dem Auto losfahren kann, das würde ja bedeuten, dass die Welt viel größer wird als mit einem 1 PS motorisierten Gefährt. Das müsste ja dann eigentlich auch bedeuten, dass es eine zusammenhängende Welt gibt. Weil ich könnte mir jetzt zum Beispiel schwer vorstellen, dass das Durchfahren der Welt durch irgendwelche Ladesequenzen unterbrochen wird. Hat man da vielleicht schon irgendwas dazu hinter den Kulissen erfahren? Hinter den Kulissen eher nicht. Aber es ist auf jeden Fall die logische Schlussfolgerung aus diesem Trailer. Weil es kann ja nicht sein, dass man irgendwie in ein Auto springt oder es irgendwie vielleicht sogar klaut am Straßenrand, dann 100 Meter fährt und dann ist Ladepause, Ladebildschirm und dann bist du im nächsten Hub. Also dass diese Welt wie in The Witcher 3, was ja auch eine riesige Welt hatte, die aber unterteilt war, in mehrere einzelnen Hubs, das kann ich mir in Cyberpunk 2077 nicht vorstellen. Weil, wie du gesagt hast, ein Auto fährt ziemlich schnell und dann, wenn man irgendwie fünf Minuten oder auch nur zwei Minuten durch irgendeinen Hub durchfährt, um dann wieder zu laden, dann fährst du wieder zwei Minuten, dann lädst du wieder, da wird man ja wahnsinnig. Und um noch einen draufzusetzen, was der Trailer auch zeigt, sind Schwebegleiter, unter anderem auch so eine Luxus-Auto-Variante, die durch die Lüfte fliegt und es ist möglich, dass es die auch im Spiel geben wird, in lenkbarer Form. Also im Spiel geben wird sie so oder so, deswegen zeigst du den Trailer, aber dass man sie auch selber fliegen kann, denn auch das ist Teil des Cyberpunk 2020-Regelwerks, Gelotenfähigkeiten in unterschiedlichen Kategorien und wenn du auch noch fliegen kannst, ergibt es ja überhaupt keinen Sinn mehr, diese Welt irgendwie in Hubs aufzuteilen, weil dann bist du ja noch schneller unterwegs und bist noch schneller an der Grenze und musst dich noch schneller ärgern, dass wieder ein Ladebildschirm kommt. Also ich würde davon ausgehen, dass es eine zusammenhängende Welt ist, wie wir sie auch in einem Grand Theft Auto sehen, wie wir sie in einem Watchdog sehen und dass man da tatsächlich ohne Ladepause und Hub-Übergang von A nach B irgendwie reisen kann und das hat dann natürlich auch so ein bisschen Implikationen für den Aufwand, der hinter diesem Projekt steckt, denn was CD-Projekt eigentlich da baut, ist ein Cyberpunk GTA im Wesentlichen, denn was sie ja dann machen müssen, ist diese Spielwelt auch bevölkern, wenn man die schon so frei erkunden kann, man sieht ja auch Straßenszenen, auf denen Passanten unterwegs sind, also mit bevölkerten Gehsteigen und Autoverkehr dann irgendwie auf den Straßen, man sieht Freeways, wo die Autos drauf rumfahren und all das muss ja dann auch lebendig aussehen und cool aussehen und so aussehen, dass man sich freut, da reinzugehen und das zu erkunden und das auch noch in unterschiedlichen Landstrichen, dann eben mit diesem Redneck-Gebiet, mit der Innenstadt, mit irgendwie vielleicht noch anderen Landstrichen, das ist zum Beispiel auch so in Pacifica, das ich vorhin erwähnt habe, das ist eher nicht so runtergekommen, also es gibt auch eher so Industriegebiete mit Forschungslaboren und Fabriken, in Pacifica hingegen ist, das ist so die Wohngegend der reichen Konzernmanager, wo die in ihren Villen leben, also auch nochmal was ganz anderes, so vom Feeling und vom Look her und all das muss ja dann auch stimmig aussehen und das alles hinzukriegen, das kann schon ganz schön herausfordernd sein, deswegen nochmal, ich glaube nicht, dass wir den Release dieses oder nächstes Jahr sehen werden. Ein sinnvolles Schnellreisesystem haben wir ja auch schon, den Metroplan haben wir ja erwähnt, das klingt für mich auch irgendwie viel logischer, als dass man wie Geralt einfach irgendwo an so einem Pfosten auftaucht, kann man zumindest in die Spielwelt, in die Geschichte integrieren. Du hast vorhin auch schon über die Corporations gesprochen, das sind ja die großen Fraktionen von Cyberpunk und da gibt es ja Dutzende, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, du mir jetzt aber ganz viel darüber erzählen könntest, was mich aber interessiert ist, taugen die denn vielleicht mehr, um eine nicht-lineare Geschichte zu erzählen, also dass vielleicht Cyberpunk eher so ein Abenteuerspielplatz ist, in dem du dir deine eigene Geschichte zusammenbaust, so wie Skyrim, wo du ja auch viele unterschiedliche Fraktionen hast und dann sagen kannst, ich schließe mich jetzt denen hier an oder denen da, oder denkst du, dass das eher darauf hinausläuft, dass das wieder wie ein Witcher ist, wo es einen Anfangspunkt und einen Endpunkt gibt und du dazwischen nur so ein paar Entscheidungen haben wirst? Ja, also ich denke eher Letzteres, weil das ist die Art und Weise, wie CD Projekt Geschichten erzählt. Ich glaube, dass es eine Hauptstory geben wird, die auch mit Entscheidungen verbunden ist. Wer weiß, wie gravierend die dann sind, weil es war ja auch eine der Dinge in der Witcher-Serie, die sich über die Teile hinweg sehr verändert haben, wie stark sich diese Entscheidungen dann letztlich auch auf die Geschichte auswirken, weil im ersten Teil und auch in Witcher 2 war es noch spürbarer als dann in The Witcher 3, wo es dann halt Dinge an der Endsequenz und ja, okay, auch tatsächlich dann gravierende Dinge am eigentlichen Ende geändert hat, was man vorher entschieden hat. Aber teilweise war es auch einfach nicht so wichtig, was du dann in der Spielwelt entschieden hast. Wenn du irgendwie gesagt hast, okay, ich bringe irgendwie den mörderischen König um oder ich bringe ihn nicht um, im Endeffekt war es eigentlich nicht gravierend. Egal, was du entschieden hast. Und es mag sein, dass Cyberpunk 2077 wieder folgenschwerere Entscheidungen dann bietet im Rahmen dieser Geschichte, was den Aufwand halt nochmal potenziert, den CD-Projekt dann da bei der Entwicklung. Man meint, dann kommt das halt doch 2077 raus. Ja, genau. Also viel Erfolg, Freunde. Aber ja, doch. Also ich glaube schon, dass wir eine Story mit einem Anfang und einem Endpunkt sehen werden. Was es aber, da hast du recht, gibt in dieser Cyberpunk-Welt sind spannende Fraktionen, für die man auch arbeiten kann. Also es wird garantiert so sein, dass man Aufträge erfüllen kann für die unterschiedlichen Konzerne. Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt Arasaka, eben diesen japanischen Konzern, es gibt Militech, diesen US-Konzern, beide sind prominent im Trailer zu sehen, beide sind verfeindet. Also was liegt näher, als sie entweder als einen von ihnen irgendwie zu unterstützen, als sie beide gegeneinander auszuspielen. Sie werden wahrscheinlich, würde ich denken, beide im Fokus der Story stehen, weil es auch schon Erweiterungen gibt zu Cyberpunk 2020. Firestorm heißt die, die interessanterweise einen Krieg behandelt zwischen Arasaka und Militech. Also sprich, ist jetzt auch nichts vollkommen Neues. Und drüber hinaus gibt es eben noch die anderen Konzerne, die vielleicht jetzt in Night City keine so riesengroße Rolle spielen werden. Es gibt irgendwie IBM zum Beispiel, eine Anspielung auf IBM, was der europäische Computerhersteller ist in diesem Universum. Es gibt irgendwie Petrochem, was so ein Chemie- und Ölkonzern ist, den man auch schon sieht im Trailer, allerdings nur ganz klein als Text. Also da gäbe es genug Stoff. Und wo es auch noch sehr viel Stoff gibt, ist in den Straßenschluchten von Night City selbst. Denn da gibt es diverse Booster-Gangs, also so Verbrecherbanden, oder nicht mal, sind nicht mal alles Verbrecher, aber so kybernetisch modifizierte Banden auf jeden Fall. Daher kommt das Wort Booster, weil die sich eben mit Implantaten boosten. Und da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Fraktionen, die auch jeweils eigene Ideologien haben. Da gibt es dann, ja, beispielsweise irgendwie eine Gruppe, die alles versucht, um sich irgendwie noch mehr zu modifizieren und dabei so halb ihre Menschlichkeit vergisst und eigentlich nur noch seelenlose Roboter sind, die dann irgendwie zu Armogläufen ausbrechen, regelmäßig. Es gibt irgendwie Chroma-Gangs, heißen die in diesem Universum, die Rockstars anbeten, wie Götter und ihre Liedtexte als göttliche Befehle interpretieren und dann hin und wieder einfach in völlig zufällige und sinnfreie Gewalt ausbrechen, um diese Texte in die Wahrheit umzusetzen oder so. Und es gibt halt noch diverse andere Gang-Formen. Zum Beispiel, mein Liebling ist eigentlich die Poser-Gang, deren Spezialität es ist, dass alle Mitglieder exakt gleich ausschauen und meistens sogar einem historischen Vorbild nachempfunden sind. Es gibt beispielsweise die Kennedys, da sehen alle aus wie John F. Kennedy, der ehemalige US-Präsident und die treffen sich dann auch irgendwie einmal im Jahr an einem Ort, um ihn komplett zu verwüsten. Jedes Jahr an einem anderen Ort, weil sonst gibt es ja keinen Sinn. Aber da gibt es halt auch genug Irrsinn und Fraktionen auf den Straßen, dass man für die auch noch arbeiten könnte und es gibt auch sogar noch das, was von den Regierungen der Welt übrig ist oder zumindest von der Regierung der USA. Die Europäer sind ja eigentlich in dem Szenario eher die Wohlhabenden und die strippen sie ja hinter den ganzen Ereignissen auch der Welt. Und auch da gibt es natürlich dann Aufträge, die man annehmen könnte. Wenn du irgendwie nach sowjetischen oder europäischen Spionen suchen müsstest, im Auftrag der US-Regierung oder umgekehrt für die Europäer irgendwas auf amerikanischer Seite ausspionieren oder oder oder. Also an Fraktionen mangelt es diesem Universum nicht und ich hoffe, dass wir viele davon in Cyberpunk 2077 sehen werden. Ich habe ja vorhin schon eingangs erwähnt, dass ich überhaupt keine Ahnung von Cyberpunk habe, von der ganzen Spielwelt, von dem Universum. Eines, was ich weiß, ist, dass es das Net gibt. Das Internet, aber als eigenen irgendwie Raum. Und es gibt Netrunner, das sind die Hacker in diesem Universum. Das ist alles, was ich von diesem von diesem Universum vorher schon wusste. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn wir schon die Spielwelt haben, wie wir sie jetzt kennen, also sozusagen in dem Westen Amerikas, glaube ich, war es und vielleicht den Mond, den Weltraum oder diese Weltraumstation, gibt es dann vielleicht noch einen dritten Spielraum, ein drittes Spielgebiet, ein digitales Spielgebiet, das Net? Könntest du dir das vorstellen? Gibt es da irgendwelche Hinweise darauf in diesem Trailer? Also das Net muss eine Rolle spielen, weil es kann kein Cyberpunk-Setting ohne ein Internet geben. Und es gibt auch Hinweise darauf im Trailer. Man sieht Menschen, die mit dem Net verbunden sind, über Kabel mehrfach. Auf einige davon werden Anschläge verübt. Also das heißt, sie brennen aus und fallen um. Das Net wird eine zentrale Rolle spielen. Daran glaube ich fest. Ob das ein eigener Spiel- und Leveltyp wird, also eine eigene Spielebene, das sieht man so noch nicht. Möglich wäre es aber, denn man könnte das Net beispielsweise so darstellen wie System Shock, damals, ziemlicher Open-World-Klassiker aus dem Jahr 1994, 94? Glaube schon. Dass den Cyberspace, was im Prinzip so eine damals noch recht rudimentäre Gitterlinien- und Farbflächenpräsentation war, so ein bisschen wie damals in Tron, also so wie man sich halt den Cyberspace in den 1980er-Jahren vorgestellt hat einfach. So wie man sich den auch heute noch vorstellt. Ja, vielleicht. Und dass man den dann eben auch erkunden kann und dort Dinge zu finden. Es gibt in dieser Cyberpunk 2020, in dem Regelwerk, ist es meistens so, dass die Netrunner, so heißen die Hacker, dann in Datenfestungen einbrechen und die werden halt wie normale Levels in einem Pen & Paper einfach auf Karopapier gezeichnet. Da gibt es dann Wände, da gibt es Fallen, da gibt es durch Codes gesicherte Terminals, wo man dann irgendwie Kameras fernsteuern kann oder eben auf irgendwelche Datenlager zugreifen, um Dinge zu stehlen. Also eigentlich ist es tatsächlich, wie du sagst, eine eigene Welt in der Welt. Ich würde sehr hoffen, dass Cyberpunk 2077 die in irgendeiner Art vorstellt, aber auch da sind wir wieder bei der Gretchenfrage, überhaupt bei diesem Spiel, auch das erhöht halt wieder den Aufwand, weil dann hast du tatsächlich am Ende ein Spiel im Spiel, denn es gibt in diesem Cyberspace ja auch spezielle Gegnertypen, spezielle Gesprächspartnern, NPCs, nämlich KIs, mit denen man sich dort unterhalten kann, die einem dann vielleicht Aufträge geben oder die einem feindlich gesonnen sind und irgendwelche Bosskämpfe hergenommen werden können und es gibt spezielle Waffen, logischerweise, mit denen man sich dann zur Wehr setzen kann. Also da würde nochmal eigentlich ein eigenes Spiel drin stecken. Inwieweit das dann tatsächlich ausgeführt wird, wird man sehen müssen, vielleicht ist es am Ende dann doch nur so, wenn du dich irgendwo reinhackst in den Terminal, ist es wie in vielen anderen Cyberpunk-Spielen, in dem Deus Ex zum Beispiel, dass man einfach ein Minigame in irgendeiner Art und Weise lösen muss oder kriegt, ob das jetzt irgendwie ein Denkspielchen ist, ein Geschicklichkeitsspielchen oder vielleicht auch eine super rudimentäre Darstellung von so einer virtuellen Welt. Wird man alles sehen müssen, aber in irgendeiner Form muss das nett abgebildet werden. Alles andere wäre nicht nett. Haha, wow. Auf dieses Wortspiel habe ich gewartet. Danke. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wen spielen wir eigentlich in Cyberpunk 2077? Wir sehen da ja einen Charakter. Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Weißt du da schon was drüber? Und vor allem gibt es ja zwei Szenen, die in diesem Trailer sozusagen herausstechen, weil die Personen dieselbe Kleidung tragen. Ist das ein Hinweis auf irgendetwas? Michael Graf, erzähl mir mehr darüber. Möglicherweise, denn der Trailer wird erzählt von einem männlichen Charakter. Was man über den weiß oder zumindest daraus ablesen kann, ist, dass das jemand ist, der in Night City sein Glück sucht. Also einer dieser Glücksritter, die ich auch vorhin erwähnt habe, wegen diesem amerikanischen Traum, den diese Stadt verkörpert. Und der trägt, man sieht ihn gleich in der ersten Szene in dieser Hochbahn, die da durchfährt, durch die Stadt. Und man sieht ihn dann auch in der letzten Szene, wenn er in das Auto einsteigt oder in einer der letzten Szenen in das Auto einsteigt und wegfährt. Also gut möglich, dass das der Hauptcharakter ist. Warum sollte man ihn sonst so in das Zentrum dieses Trailers stellen? Und der trägt sehr prägnante Kleidung, nämlich so eine Lederjacke, Rockerjacke, irgendwie so eine futuristische mit so einem leuchtenden Kragen und so einem Cyborg-Drachenkopf auf dem Rücken. Und es gibt eine andere Szene, in der man eine Frau sieht, die exakt dieselbe Kleidung anhat. Und sie hat noch dazu dasselbe Implantat wie dieser Mann, nämlich so eine, ja im Prinzip so eine dünne Linie, so eine Leitung, die zum Auge hinführt. Kann alles nur Zufall sein, kann alles nur irgendwie ja seltsame Einbildung sein oder ein Charaktermodell, das sie einfach wiederverwendet haben oder so, aber es könnte halt darauf hindeuten, dass die ursprünglichen Gerüchte wahr sind und man im Spiel tatsächlich das Geschlecht seines Helden wählen kann, ob Mann oder Frau, aber noch weiß man nichts genaues drüber. Okay, kommen wir zu den Implantaten. Welche hast du denn noch entdeckt und wie sind die in der Welt in dem Regelwerk verankert? Was bedeutet das für das Gameplay von einem Cyberpunk 2077? Was können wir da schon ableiten? Also Cyberimplantate sind ja im Prinzip die Stars von jedem Cyberpunk-Setting. Die sind das, was eigentlich überhaupt erst so die Magie reinbringt, sage ich mal, die Dinge, die man halt als normaler Mensch nicht machen könnte. Und auch davon sieht man in dem Cyberpunk 2077-Trailer schon jede Menge. Man sieht irgendwie Körperpanzer, teilweise irgendwie Platten über den Augen oder so ein Visor, ja, also verschiedene Optik-Geschichten. Man sieht künstliche Arme aus den Waffen ausfahren, wie man es auch schon im allerersten Teaser-Trailer gesehen hat, mit dieser Frau, die so Armstacheln hatte einfach, um damit Menschen anzugreifen. Man, oh Gott, was sieht man noch alles? Man sieht so viel Kybernetik einfach. Man sieht Menschen mit Leitungen im Gesicht und dann so Silberplättchen an beispielsweise der Nase oder an den Wangen, die darauf hindeuten, dass es dort eben Nasenimplantate gibt. Die gibt es auch im Original. Es gibt tatsächlich einen Geruchssinn-Verstärker in Cyberpunk 2020, der dir halt erlaubt, deine Umgebung einfach besser wahrzunehmen. Und insgesamt, dieses Regelwerk bietet einen Wust an kybernetischen Implantaten. Metallarme und Beine sieht man auch im Trailer immer wieder prominent, sind da eigentlich nur das Simpelste noch, weil die dir halt erlauben, kräftiger zuzuschlagen oder höher zu springen oder schneller zu klettern auch teilweise. Es gibt jede Menge natürlich Implantate, die man sich in den Körper selbst einsetzen kann, ob das subtermale Taschen sind, die irgendwie das Inventar vergrößern, ob das irgendwie Cyber-Augen sind mit unterschiedlichen Sichtmodi, dann irgendwie mit Thermalsicht und Nachtsicht und Vergrößerung, also sprich Zielfernrohr quasi ein eingebautes oder Mikroskopen eingebautes. Da geht einiges, also sogar fast alles eigentlich, zumindest gemäß des Regelwerks. Wie das Cyberpunk 2077 dann letztlich umsetzt, das muss man mal sehen. Wir sehen auf jeden Fall eine riesige Varianz an unterschiedlichen Cyber-Implantaten im Trailer, auch irgendwie so ein Halsimplantat, wo ich jetzt noch keine richtige Ahnung habe, was das bedeutet. Es gibt eine Frau, womöglich eine Sängerin, die ihre komplette Mundpartie abnehmen kann, die dann auch kybernetisch ist. Also wie das aber dann letztlich in Spielmechanik übersetzt wird, das wir mal sehen müssen. Es gibt einen Aspekt davon, den ich sehr gerne in Spielmechanik sehen würde. Es ist nämlich so, wenn man sich in Cyberpunk 2020 zu sehr mit Implantaten aufmodzt und zu viele verwendet, verliert man Menschlichkeit. Das heißt, man wird immer mehr zum Roboter. Im Regelwerk ist es so, dass dann dein Empathiewert sinkt und du wirst dann auch in Gesprächen als immer unangenehmer wahrgenommen. Und irgendwie, das kann sich dann natürlich, wenn man das Spiel mechanisch umsetzt, einerseits im Spiel auf Dialoge auswirken, andererseits ist es so, dass jemand, der sich wirklich halt völlig zu so einem Cyborg umbaut, Gefahr läuft, zu einem Cyber-Psycho zu werden. Also zu jemandem, der völlig die Kontrolle verliert, der völlig den Verstand an die Maschine verliert und dann dort Amok läuft. Und auch das sehen wir schon im Trailer als Einblendung, als kleine, wo es eben darum geht, dass spezielle Polizeieinheiten diese Cyber-Psychos jagen. Also auch das kann es halt dann in Cyberpunk 2077 geben. Und ich fände das vor allem halt so spannend als Spielmechanik, weil es ja die Kernfrage des Cyberpunk thematisiert. Diese Frage, was ist eigentlich noch ein Mensch oder wo liegen eigentlich die, was macht einen Menschen aus, wenn er schon seinen ganzen Körper irgendwie durch Metall ersetzen kann? Wo endet dann Menschlichkeit? Wo beginnt sie? Und das ist im Prinzip ja das, worum es in dem ganzen Genre geht, diese transhumanistische Frage, was kommt nach den Menschen und macht es uns besser oder macht es uns eigentlich schlimmer? Das hast du jetzt sehr schön philosophisch zusammengefasst. Lass uns noch mal auf ganz plumpe Gameplay-Mechanik zurückkommen. Wir sehen in diesem Trailer ja unterschiedliche Waffentypen. Wir sehen Nahkampfwaffen, wir sehen, dass es auch wirklich Faustkämpfe, Martial-Arts-Kämpfe gibt und gleichzeitig auch Feuerwaffen. Es gab auch in demselben Gerücht von demselben Leaker, der damals das Mondgerücht gestreut hat, gab es auch das Gerücht, dass Cyberpunk sich wie ein Ego-Shooter spielt. Jetzt sehen wir es natürlich nicht, weil das ja kein Gameplay-Trailer ist, aber es gibt ja all diese Waffen. Was denkst du denn? Wie werden wir Cyberpunk 2077 spielen? Ist das ein Third-Person-Spiel? Ist das ein First-Person? Ist das eine völlig andere Person? Gut, da wir jetzt schon so lange gesprochen haben, möchte ich noch eine letzte abschließende Frage an dich stellen. Und zwar, wenn man diesen Trailer gesehen hat und jetzt nicht so blind links ihn gesehen hat wie ich, sondern so wie du, der das ganze Regelwerk dahinter kennt und in dieser Spielwelt offenbar schon aufgeht und auch schon selber auf dem besten Weg zum Cyber-Psycho ist. Ja, schön. Kann man denn schon irgendwas über die grobe Handlung von Cyberpunk 2077 jetzt daraus herableiten? Oder ist das jetzt wirklich nur mehr so ein Mood-Trailer, der die Stimmung vermitteln soll? Also es ist definitiv mehr ein Mood-Trailer und so ein Überblickstrailer, was es so alles in der Spielwelt zu sehen gibt und was man da alles erleben kann. So eine zusammengepackte quasi, ja, wie gesagt, so eine Übersicht und so ein Ding. Aber ja, es gibt ein paar Rückschlüsse, die man auf die Story, also die man so ziehen kann aus diesem Trailer. Wie gesagt vorhin, Arasaka und Militech, zwei Konzerne, die sich eh schon gegenseitig hassen, dürften sich auch in Cyberpunk 2077 nicht gerade grün sein. Also dass die miteinander irgendwie in Konflikt kommen, ist relativ vorhersehbar. Und was ich gerade erwähnt habe, dieser Einsatz von Polizeieinheiten gegen Cyber-Psychos erscheint im Trailer auf so einer riesigen Videoleinwand, vor der ein geheimnisvoller Raucher steht. Und ich meine, hallo, wir wissen alle seit Akte X, ein geheimnisvoller Raucher, der hat Dreck am Stecken. Der ist irgendein Verschwörer. Der will irgendwas. Macht, Geld, Beta-Zugang für Diablo 4. Es ist immer dasselbe. Der will was. Und es gibt eine andere Szene in erwähnter Raumfähre, in der ein Geschäftsmann, der sich dort ans Net angeschlossen hat, gewissermaßen eben ausbrennt. Und es sitzt auch im Vordergrund ein Mann, der dann an seinem Drink nippt und lächelt. Und das heißt, der wusste irgendwas. Und das deutet ja auch schon darauf hin, es wird halt Konzernintrigen geben. Und wenn man sogar genau hinguckt, hat dieser Raucher eine ähnliche Frisur wie der Typ auf der Raumfähre. Ich weiß nicht, ob es derselbe ist. Man sieht den Raucher nur von hinten und es ist auch wirklich nur eine super kurze Szene. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir da dann schon den Oberschurken von Cyberpunk 2077. Und es wäre gut möglich, dass der irgendwie diese Cyber-Psycho-Aufstände in irgendeiner Form initiiert oder aufstachelt. Und dass er gleichzeitig versucht, die Großkonzerne gegeneinander auszuspielen, was ja klassisches Verschwörermaterial ist einfach in so einer Welt, um selber in eine Machtposition zu kommen oder irgendwas durchzusetzen oder irgendwelche finsteren Pläne durchführen zu können, während diese Stadt im Chaos versinkt. Also das wäre so mein educated guess, was die Story angeht. Aber gesichert ist davon noch gar nichts. Gut, Micha. Dann wünsche ich dir, dass du kein Geruchs-Nasen-Implantat hast, während du jetzt auf der E3 unterwegs bist. Ist ja doch ganz schön warm da drüben, habe ich gehört. Vielen Dank, dass du dir die mega lange Zeit genommen hast. Fast 30 Minuten haben wir jetzt darüber gequatscht. Mal wieder, zwei Minuten Trailer und 30 Minuten darüber gesprochen. Vielen Dank, dass du uns das alles erklärt hast und viel Spaß noch auf der E3. Und alles auf der E3 seht ihr natürlich auch auf gamestar.de hier bei uns jetzt. Tschüss. Dankeschön, mach's gut. Tschüss. 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 Tschüss.